Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Agario. Ja, heute zur letzten finalen Folge, nämlich Folge 5 und ja, heute hab ich mir mal gedacht, wir testen jedes Dings hier mal aus. FFA hatten wir schon, deswegen fangen wir heute mit Teams an. Und unseren Nick nennen wir einfach mal, äh, Finale. Finale, so ist richtig. Ja und, äh, sorry, dass jetzt, äh, keine Videos kamen gestern. Ich hab daran, dass ich, dass zuerst, ähm, Besuch hier war und dann schon auf dem Jahrmarkt gewesen bin und ich werd kein Video machen, aber ich hab da irgendwie so ein komisches Gefühl dabei, da zu filmen, dann kommt da jemand und reißt einem die Kamera aus der Hand. Ist einem Bekannten von mir schon mal passiert, der hat einfach die Kamera aus der Hand gerissen bekommen und hat's nie mehr gesehen. Der war dann schneller, der Dieb. Und ja, und da hätte man eh nichts gehört von mir, weil Feuerwerk war keins und ich hätte gerne nur Filme, wie ich jetzt, was weiß ich, ne, Bahn hätte ich gerne nicht Filme, wenn wir die Kamera aus der Hand geflogen, wenn das mal alles so schnell war. Okay, ich hab mir gedacht, äh, immer so ein paar Minuten hier, also jedes Ding so drei Minuten und ich hab schon wieder keinen Timer. Muss ich wieder gucken, wie lange ich aufnehme. Das muss ich ja eigentlich machen. Grün ist in der Überzahl, wie's aussieht. Oh, oh, oh. Wack, 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 wack. Ich öffne immer die scheiß Taskleise. Taskleiste. Ja, und ich hoffe, man hört mich auch gut, weil das Mikrofon hat meine Katze runtergefeiert, zweimal nämlich. Aber ich hab vorhin Soundtest gemacht, man müsste mich noch mal hören, wie immer. Okay. Dann würde ich sagen, immer wenn wir gefressen werden, machen wir ein anderes Ding. Jetzt haben wir mal Experimental. Machen wir jetzt mal in der Finale rein und ich mache mal ganz kurz wieder Dark Team. Das gefällt mir einfach besser, das Dark Team. Wow. Wow. Alter. Kack, kack, kackers, hau ab. Ach und ja, wenn ihr auch wollt, dass Videos in 1080p kommen, schreibt es einfach mal in die Kommentare, also Full HD. Aber dann dauert es länger zum Hochladen. Dann könnte es sein, dass manchmal nur ein Video am Tag kommt und mit 720p, also HD, kommen dann zwei Videos am Tag. Weil dann dauert es nur eine Stunde, eineinhalb zum Hochladen und 1080p dauert, glaube ich, zweieinhalb Stunden bei mir. Dann könnte es passieren, dass nur noch ein Video kommt mit Zeiteinschränkungen und alles. Weiß ja nie, wie die, diese DSL-Verbindung, wie man das nennt, ist. Och, Stussi. Komm her. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Gerade gucken. Kann ja unten einen Schlang aufnehmen, schon drei Minuten. Wir nehmen so, so zehn Minuten will ich aufnehmen. Komm. Komm, oi, 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 oi. Lass doch doch oi. Weit. Ist er größer wie ich? Wir sind gleich groß. Hey, wir sind gleich, ne, wir sind noch nicht gleich groß. Fuck, fuck, fuck. Komm, oi, ich will schon nur fressen. Ähm. Was hat das jetzt? Ich hab schon gedacht, die Dinger fressen müssen wir da so nur zum Verstecken. Hm. Okay, dann testen wir immer noch Party. Was? Play with your friends in the same map. And join. Was? Äh. Your friends should give you a code. Type it here. Äh. Hallo. Join. Party. Create my own map. Okay, und copay. Und play. Oh, das ist jetzt Party hier, das. Sieht auch mal interessant aus, ne Party. Ach, das sind jetzt noch mehrere zusammen, wie es aussieht. Das sind jetzt alle Länder bestimmt, wie es aussieht zusammen. Das heißt, das ist Russland, Amerika, Brasilien, alles zusammen. Und. Ja. Ich würde sagen, wir gehen da mal in unser FFA rein und machen jetzt mal hier, ähm. Was haben wir denn hier? Wir machen jetzt mal hier alles aus. Unser alles unhacktchen. Und oh, das sieht jetzt mal cool aus. Hier sind wir hier im Schwarz-Weiß-Film. Hier sind wir hier der gute, alte, 40er-Jahres-Stil haben wir jetzt hier drauf. Oh, ich finde Schwarz-Weiß richtig geil. Davon pointe ich jetzt gar keinen Kopfschmerzen irgendwie von Schwarz-Weiß. Ist auch so, wenn ich mal einen Schwarz-Weiß-Film sehe, bekomme ich keine Kopfschmerzen. Irgendwie kann ich die ganze Nacht gucken, so einen Schwarz-Weiß-Film. Ja. Und ich weiß ja schon, was heute Abend kommt. Nämlich ein neues Projekt, ein neues kleines Projekt kommt heute Abend. Und ja. Ach, und was auch noch gesagt ist. Ähm. Wenn dieses Video 10 Likes schafft, dann kommt eine sechste Folge Agario. Da lassen wir dann noch was richtig cooles einfallen bei der sechsten Folge. Aber dieses Video muss mindestens 10 Likes schaffen. Also haut rein, Leute, mit den 10 Likes. Dass eine sechste Folge Agario von mir kommt. So, man kann nur mal gucken, wie lange ich aufnehme. Sechs Minuten, drei. Okay. Wir können auch lange gucken. So, sechs, sie macht 19. Ja, noch vier Minuten können wir gucken. Und ja. Dann war das auch schon die finale Folge. Und dann erstelle ich auch noch ein cooles Thumbnail. Ich erstelle schon auch noch. So mit Feuerwerken alles drauf. Was ist das? Die finale Folge. Upsala, meine Maus. Ja. FFA ist immer noch das Beste. Muss ich wirklich sagen, FFA hier. Ja. Ich sag nichts dazu. Egal. Wir gehen jetzt einfach mal. Oh. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Nordamerika. Hey. Ich hab einen deutschen Namen. Finale. Jetzt hasse die mich all. Hm. Okay. Wie lange nehme ich mich jetzt wieder auf? Wir nehmen sieben Minuten elf auf. Okay. Naja. Ich würde sagen, wir machen nochmal kurz alles aus. Und. Hm. Wo können wir noch hingehen? Lass uns spectate. Ah, guck mal da. Hier können wir zugucken. Wie die alle zocken hier. Kann ich auch irgendwie bewegen? Nö. Ach, das ist also der Spectator Mode. Ah ja. Wie in Minecraft. Ne. Kann man nichts machen. Ich kann meine Maus jetzt verwalten. Weil ich schon meine Tastatur. Hier geht nichts. Also nur der Spectator Mode. Ja. So. Jetzt haben wir auch mal den letzten Mode gesehen. Nämlich den Spectator Mode. Und hiermit würde ich sagen, wir sind jetzt auch schon wieder bei acht Minuten. Und es waren jetzt leider keine zehn Minuten. Nur acht. Aber ich würde sagen, wir beenden hiermit die finale Folge von Agario. Und ihr wisst ja, zehn Likes und die sechste Folge kommt dann sehr schein schon bald raus. Bis dahin würde ich sagen, ihr haut jetzt rein. Und ich bin jetzt raus und suche ein neues Projekt aus. Bis dahin. Ciao. Euer Saschel. Bis heute Abend im neuen Projekt. Bis heute Abend im neuen Projekt.